Hallo Leute, wir sind wieder bei Pony. Hallo Leute, meinte der Idiot. Ich hab ihm gesagt, sag Hallo Leute, wenn die Kamera auf dich steht, was macht er? Der macht die Kamera an, bevor die Kamera auf ihn ist, der Idiot. Backpfeifen krieg ich später. Wir haben doch gesagt, wie wir reden, mit Respekt oder nicht. Guck mal, guck mal. Ah, stimmt ja. Aber ist doch euer Freund. Macht uns diese Kacke einfach. Diese Milano-TV ist gut. Alle abonnieren. Wir haben ein paar gute Jungs hier in unserem Alter. In unserem Alter, ja. Ich sag doch, in unserem Alter. Warte mal, ein, 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 ein Video von mir. Sag mal den, Entschuldigung. Folgt mir auf Instagram, ayesita61. Alle folgen. Nochmal lang. Ayesita61. Alle folgen. Folgt mir alle auf Instagram, loko-monato. Loko-monato. Loko-monaco. Alle folgen, ich bin Trabzon, nur alle Türken, die das sehen. Trabzon 05. Elhamdulillah. Trabzon 6... Ah, ha, 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 ha. 6-1, 6-1. Ich weiß irgendwas. Also, Trabzon, also, ayesita61. Alle folgen, alle folgen, sie dich folgen. Oh, wala, wala. Woher kommst du, Hanau? Dann red doch mal, woher du kommst, wie du, Trabzon. Standard. Standard, alle. Tut mir leid, tut mir leid. Wir sind alles Hanauer, ihr. Jungs, mir so was auch mit Kindertsdickes, Jugo, Sinti. Hanno, ich bin zu Start, Hanno. Langsam, Jungs. Nicht klauen, hey. Kein Diebschneppe gehen. Immer, 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 immer sauber bleiben. Ich will die ausfassen. Ich bin ja kein Idiot. Ja, du wolltest doch Kameramann sein. Hier, halt mal auf Kameramann. Ich darf doch nicht in der Videomann. Mach Kamera auf mich und pass auf, dass du nicht zudrückst. Dass du nicht Stopp hast. Ich mach nicht Stopp. Ist gut, wenn ich so los. Ja, ja, ja. Fett wackelt, ich da. Ha! Nix, Bruder, nix, nix, nix. Hey, Bruder. Was läuft bei uns? Machen wir wieder, machen wir wieder. Hallo Leute, dann sind wir wieder. Machen wir einen Spezialeffekt, komm. Machen wir einen Spezialeffekt. Oh. Oh. Ich hab gar nicht aufgenommen. Du nimmst auf, gerade. Ja, ich weiß, ich weiß. Zehn Minuten passt du noch? Ja, ja, egal. Wir lächeln einfach. Jetzt müssen wir jemanden gucken, der Haarsch hat. Ha! Wir überträgt. Aber wen kennen wir hier? Ey, die Kamera nach unten. Gib mal diese andere Kamera. Guck mal, die ist kaputt. Ist das nicht kaputt? Wo ist die kaputt? Das ist was da drinne. Die ist kaputt. Die ist nicht meins kaputt. Die ist kaputt, man. Die ist wassertrinne. Die ist aufgegangen durch den Tier. Aber die funktioniert doch noch. Weißt du das? Ja, er hat die gemacht, ja? Ja, ich suche an. Ja, jetzt nicht mehr vielleicht. Aber es ist doch uninteressant, ob die geht oder nicht. Hauptsache, wir haben unsere ganzen Daten, ne? Jungs, Mädels, Obers, Ommes, Kinder, Ziggis, Jugos, Sintis, Mughrabis. Wir sind hier ein... Warte, wo sind wir hier gerade? Einer, ich sage mal andere. In Dubai, wie heißt diese Fischworte in Dubai? Ah, shit. Ach, ich bin... Wir sind im Aschburash. Geh mal dran. Aschburash. Ja, ich bin auf euer Leben. Oh, das sind alle Kinder, ne? Der eine guckt, 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 der ist alles für dich. Für dich. Boah, zeig doch mal, wie die Brille hat, du junger Alter. Ey, ich hab's den gerade schon an, Mann. Du hast ihn nicht angehabt, eben. Haha, ich bin doch aus dem Effekt weg. Guck, wie geil, ein Rundchen. Aber nicht mit Handy. Komm, mit Handy so. Handy, Handy, siehst du, wie die Löffel Handy hat? Spezialeffekten. Ja, Mann. Okay, wir sind hier gerade in Busch-Ala-Schaf oder was weiß ich. Busch-Ala-Schaf. Und ich kann immer sagen, eigentlich nicht jemand, aber ich krieg's nicht immer in meinen Lippen, wie der eigentlich nicht jemand. Weil wir nicht in Deutschland sind, wir sind doch in Mallorca gerade. Nein, wir waren eben noch in Dubai, aber jetzt sind wir in Mallorca. Da ist in Dubai, hier ist Mallorca. Aber uns läuft. 380 Abroh. Wenn die spielen können, das ist ja auch umsonst. Nein, nicht umsonst. Umsonst nicht. 2 Euro. Hey, umsonst gibt's gar nichts, gell? Du musst bestimmt bezahlen. Oh, ich würde mein Leben nicht bezahlen. Für sieben Minuten. Oh, mit Minuten. Sieben Minuten. Boilkot, alle. Dann da verstehe ich Boilkott. Wenn ihr sagt, ihr Affen. Der Arme haben den Ding. Erstmal Kette zeigen, gell? Kette? Erstmal Kette zeigen. Kette haben wir verloren. Haben wir wieder gefunden. Tschüss, tschüss. Da gibt's nichts. Oh, ich sag. Oh, ich sag. Darf nicht so viel verschissen werden, weil man muss ein bisschen sparsam mit eurem Einkaufen umgehen. Jungs, Mädchen, sowas auch mit Kindes. Ich bin Kindis, Maghrebis, Wichser, Wichser. Ciao. Schlüffle, Müffle. Wie viele Mädchen haben wir da? Fünf fast. Ah, da machen wir noch Richtig. Bis zu. Wir gehen wieder zurück. Vielleicht finden wir noch ein bisschen Geld unterwegs. Oder vielleicht... Oh, ach, heilalala. Weißt du, was? Ich schmeiß jetzt direkt meine Hände auf. Beim nächsten Mal, wenn... Ah, aber guck mal, gell? Das sind junge, die Mädchen. Heutzutage, ihr müsst ja alle aufpassen, ihr Pädophilen. Wenn ihr was mit einem Dingsanfang im Schwimmbad macht, müsst ihr erstmal nach Ausland fahren. Entschuldigung, ich kann doch nicht so lange halten. Merkst du was? Ey, mein Arm bricht gleich. Merkst du was? Alles Arbeit. Du hast nur das gehalten, du hast Beats bekommen. Nur mal nicht von Arbeit, ich komme von Nivea. Ja, Mann, Nivea. Nivea, wenn du diese Beats bekommen, dann kann ich sie halten. Vielleicht sind so standard. Aber Nivea ist Unterarm. Nivea ist Unterarm. Ja, und? Unterarm, Oberarm, ich mache alles. Gleichzeitig, dreizeitig. Wie oft was soll ich, Nivea gemacht? Ja, ich bin immer noch, ich bin immer noch, ich bin auch zu haben. Aber habe ich, haben wir nicht eben gesagt. Wer hat das gesagt? Daniel hat gesagt. Ja, du brauchst einen Freund, du hast gesagt. Ja, ich brauche keinen Freundin. Bei mir kommt keine Freundin in die Tut hier. Heute, morgen, morgen. Fick geht, fick geht, ja. Man kann ficken. Aber okay, Mutter hört nicht so. Mutter hört aber. Die hört nicht so. Aber, ihr seht euer Leben und wir sind wieder da. Und abonniert meinen Kanal. Du sollt er reden. Oder euer Finger soll abfallen.